Hallo und herzlich willkommen zum Making-of vom Video von Phänomen. Ich mach dir so einen schwarzen Balken über das Gesicht. Ja, Ton ist längst aufgenommen. Wir sind gerade mitten in den Ferien und fangen jetzt als erstes an mit den Aufnahmen im Studio bei Basti. Toll, ne? Richtig toll, ja. Das hier ist Karo. Hallo. Karo macht das Featuring. Ja, wir fangen jetzt so ein bisschen an und nehmen euch natürlich mit. Ja. Ich stehe hier in der Gegend und ja, was ich tue, ich denke, ich... Okay. Hör auf mich an zu gucken. Okay. Wow. Ja, nehmen wir. So, wir befinden uns jetzt hier in der Eifel. Ach, übrigens, das ist Nele. Hallo. Und das ist Justus. So, wir haben hier natürlich unser Mädchen für alles. Meine Schwester. Und Jona, der uns heute die Klappe macht. Ich habe ihm gesagt, ey, halt mal die Klappe. Und er hat es falsch verstanden. So, wir waren jetzt gerade in der Tankstelle und haben nachgefragt, ob wir da was drehen dürfen. Und, ja, Mann, sie haben ja gesagt. Um 7 Uhr dürfen wir dann in diese Tankstelle gehen und da dann was filmen. Vielen Dank nochmal, dass wir das dürfen. Wir finden das sehr gut von euch. Vielen Dank. So, Entschuldigung, dass es etwas dunkler ist. Oh, Beleuchtung. Toll. Ja, wir waren jetzt gerade bei dieser Tankstelle. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal. Ja, die Szenen sind super geworden. Deswegen machen wir morgen abends weiter, weil es jetzt ja auch natürlich schon dunkel ist. Ja, morgen abends. Gleiche Uhrzeit. Und sie haben wieder an. Ja, morgen abends. Ja, morgen abends. Ja, morgen abends. Ja, shame abends. So, die letzte Szene ist endlich gedreht, eben hier im Treppenhaus. Das bedeutet, wir sind 40. So, das hat euch gefallen, wir kriegen Gehenverkehr. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.